Moin Leute, hier ist euer Wahl. Heute mal wieder mit einer Review zu einem Monitor zu dem E-Sport-Gerät des Jahres 2022, dem BenQ ZOVI 2566K. Los geht's Jungs. Von der anderen Seite kam, den kannst du ja gar nicht zeigen, wa? Das Ding ist, ihr wisst, oder viele, die mich kennen, wissen, ich habe immer alles am Monitorarm. Hier ist er. Hier drüben auf der Seite ist übrigens noch der Nupsi dran, wo man sonst quasi das Headset aufhängt. Hier drüben. Mein Kameramann hat gar schon mit den Augen gerollt. Ich mache den jetzt nicht an, den klappt man so auf, das ist halt für Competitive und so. Hab den wie immer an dem Monitorarm, wie ihr seht, da, wunderschön. Spiel den auch so mit meinem tollen Silverstone-Arm, falls die Frage kommt, was das für ein Monitorarm ist, den ich benutze, der ist von Silverstone, den gab es mal, oder gibt es bei Case King, mittlerweile viel zu teuer. Ich gucke fast einen Hunderter oder so, würde ich für das Geld auch nicht kaufen, der hat damals wesentlich weniger gekostet, ich gucke einen 79er. Ist hier der Monitor, also er ist anwesend, geht es auch eigentlich nicht darum, wenn ihr irgendwie Ergonomie-Videos sehen wollt, oder sehen wollt, wie der Mobi-Switch hier, dieser 3-Monitor-Modus-Switch und der Arm und das Bein und was er sich aussieht, der müsste woanders gucken, darum geht es hier heute nicht. Hier geht es heute nur um Performance. Und hab mir den Monitor geholt, weil zum Beispiel Heaton mir geschrieben hat, der den schon einen Monat oder so, oder zwei fast vor Release hatte, mit dem ich davor kurz drüber gequatscht hatte, schon einen Monat, wie man den Asus QN oder QNR Monitor, diesen Nachricht jetzt ja G-Sync richtig einstellt, mir gesagt hat, er hat den jetzt gekriegt, er reviewt den für sich, beziehungsweise testet den. Dann hatten wir zwei Wochen später nochmal drüber reden, er meinte, der ist gut, er kann es nicht super beurteilen, aber er fühlt, oder für ihn fühlt sich der viel besser an den CS, würde sich freuen, auch wenn ich mir den mal angucke und ihm meine Meinung dazu sage. Ich glaube, Heaton und Spawn, die waren damals bei der ersten Entwicklung mitentwickelt, wo das losging mit der ZOVI-Geschichte, mit den Monitoren. Auf jeden Fall hat er damals diese EC2, also EC-Shape mitentwickelt, also ist er quasi da immer noch sehr gut mit dem verbunden, deswegen hat er den auch so früh gehabt. Dann haben andere Leute mir noch gesagt, aus der Community, zum Beispiel Ayo und auch Kirby, meinten so, ja, also Kirby hat den umsonst gekriegt, der macht auch eine Review dazu, soweit ich weiß, andere haben sich den gekauft, Ayo hatte den ein paar Tage vor mir und meinte auch, der ist krass so. Wie ihr wisst, und von meiner letzten Review zu Ben Clussovi gegen den 63-Jahrsmonitor, war ich nicht sehr amused vom letzten K-Display, dieses 56K, ging mir einfach tierisch auf die Nüsse, war einfach auch tierisch langsam und war einfach auch müllig. Die Review könnt ihr euch gerne angucken nochmal, die ist ein paar Monate, drei Monate, vier Monate alt bestimmt schon jetzt oder noch älter. Ja, auf jeden Fall habe ich mir das Ding geholt, selber gekauft, nicht zugeschickt gekriegt. Hat ein bisschen länger gedauert, weil ich den woanders bezogen habe, nicht direkt bei BenQ, weil wir nicht so richtig da bei diesen, immer wenn die verfügbar waren, nicht richtig anwesend waren und nicht in der Lage waren, ihn zu kaufen. Dann haben wir den bei einem normalen Händler gekauft, wo man den einfach bezahlen konnte und wenn der da war, haben die den geschickt. Lange Rede, kurzer Sinn, habe den dann bekommen, jetzt so vor einer Woche, habe den eine Woche lang durchgespielt in Overwatch. Muss jetzt ehrlich sagen, erstes Gefühl war nach dem Anbauen, okay, wow, dachte ich mir. Bild ist klar, sehr klar, sieht sehr detailliert aus, das Bild, das ist mir gleich aufgefallen. Muss halt wirklich, also ich muss jetzt ehrlich sagen, so der QN, was mich an dem halt immer gestört hat, also schon als ich damals wieder vom 27 Zoll 240 Hertz Diag BenQ auf den QNR gewechselt bin, also auf 360 Hertz Asus, war immer, dass er so ein bisschen matschhöhlich aussah. Also der ist schnell und ihr seht auch alles so, aber richtig detailliert ist es nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses, also Diag sorgt ja dafür, dass das Bild quasi klarer ist, also die Models nicht so verschwimmen und die dadurch dann auch, wenn die sich bewegen, logischerweise detaillierter sind. Und das hat ein bisschen, also dieses Backlight Strobbing, dieses ULMB System, hat mir ein bisschen gefehlt, einfach beim QNR Monitor. Wir hatten den AQM, beziehungsweise den haben wir immer noch, Asus AQM, 27 Zoll 1440p, 240 richtig, 270 Hertz. Der hat zum Beispiel ULMB Sync, aber nicht mit G-Sync, sondern nur mit Free-Sync. Das war okay, ich habe das hier gespielt, auch schön klares Bild gewesen, aber wenn ihr einmal 360 Hertz gespielt habt, kommt ihr davon auch nicht mehr wirklich weg. Jetzt sind einige von euch, die sich wieder gucken, noch bei 140, 144 Hertz und werden mich fragen, merke ich das überhaupt, 240 zu 360, merkt ihr, ihr merkt schon 144 zu 240. Dazu habe ich mal hier ein altes Video von deines Tech-Tipps aufgemacht, das ist mittlerweile, was ist denn, das ist zwei Jahre oder so alt. Das seht ihr jetzt so, das war damals der Vergleich 60 FPS und Hertz zu 144 FPS und 240 FPS und Hertz. Da hat man das so getestet, ob das wirklich einen Unterschied macht. Und ich kann euch nochmal sagen, würde man das jetzt nochmal testen und dann noch 360 Hertz dazu nehmen, würdet ihr auch da wieder einen Unterschied merken. Das ist wirklich so. Das hat man auch gemerkt zum Beispiel, als wir die Laptop-Review gemacht haben, der 360 Hertz von Razer, der exorbitant teuer war, der hat sich aber einfach auch am geilsten angefühlt, weil diese Refresh-Rate einfach gut ist. Dann kommen jetzt wieder Leute um die Ecke und sagen, ja, ich schaffe gar nicht 360 FPS. Leute, das ist nicht schlimm, wenn ihr nicht 360 FPS schafft. Wichtig ist, dass, wenn ihr zum Beispiel diesen BenQ Sovi spielt, stabile FPS, also stabile Framerates irgendwo habt. Einen Lock, der tief genug ist, dass eure FPS nicht zu oft hoch und runter gehen. Warum? Weil so ein Monitor hier, wie der BenQ Sovi gegenüber einem Monitor, der mit nativen G-Sync arbeitet, wie dieser QNR zum Beispiel, sehr anfällig für Frame-Drops sind. Dann fühlt sich das Bild immer sehr rucklig an und rattert richtig. Und das ist ein echt ekelhaftes Spielerlebnis, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das macht dann einfach keinen Spaß. Spielt ihr das Ding zum Beispiel hier in Overwatch unlockt, aber schafft gar nicht die 599 FPS, die 600 FPS die ganze Zeit, weil euer System einfach nicht gut genug ist, und die schwanken die ganze Zeit zwischen 400 und 600, ist das ein ekelhaftes Spielerlebnis. Da würde ich euch lieber dazu raten, auf 359 zu cappen. Das ist die erste ganz wichtige Sache, solltet ihr diesen Monitor kaufen. Und nicht immer, oder sagen wir mal so, euer System ist nicht in der Lage, immer über diesen 360 FPS stabil auf einem Wert zu bleiben, oder generell auf einem gelockten Wert zu bleiben, kann es passieren, dass der Spielspaß oder die kompetitive Erfahrung und Erweiterung eurer Fähigkeiten darunter leidet, weil eure Frames zu sehr schwanken. Das ist ein ganz großer Nachteil an Nicht-Sync- oder Nicht-G-Sync-Monitoren. Und der BenQ hat kein G-Sync. Der BenQ hat eine variable Framerate, aber nur mit HDMI und nur, oder sagen wir mal so, und nicht bei 360 Hertz. Nur davon schon mal, dass ihr es gehört habt. Schließt ihr das Ding an eure Playstation an, sind es übrigens auch nur 120 Hertz. Braucht ihr also dann auch nicht holen, gibt es günstigere Alternativen. Nichtsdestotrotz habe ich das Ding natürlich gespielt, wie gesagt. Habe jetzt hier mal die BenQ-Seite direkt aufgemacht, wo halt die ganzen Features sind. Hier seht ihr dann auch nochmal quasi, wovon ich erzählt habe, mit diesem Stand. Den Stand haben die geändert, dass ihr mehr Ergonomie auf dem Tisch habt. Da haben die hier unten nochmal irgendwo so ein, das haben sie ja gar nicht drauf, wir haben so ein schönes Bild, wo ihr dann den Fuß halt quasi anschrägen könnt, damit das Mousepad besser und die Tastatur besser dazu passt, dies und das. Also BenQ-Sovie hat sich für alle Leute, die so ein Ding auch öfter mal mitnehmen oder woanders spielen oder wenig Platz haben und keinen Monitorarm haben, sich was einfallen lassen. Das ist für mich von der Ergonomie her und von der Flexibilität her eine der besten Monitorhalterungen, die es gibt. Davon schon mal das ganz klar. Bei Asos zum Beispiel diese zwei langen Dinger, die hier immer auf dem Tisch stehen, die du zwar irgendwie so und so winkeln kannst, die sind halt so lang, die haben wir noch irgendwo drüben im Schrank liegen. Das ist halt, wenn du das rausholst, sieht es aus, als wenn du irgendwie einen schlachten willst mit dem Ding. Dann habt ihr noch diesen Modi-Switch bei hier unten, dieses kleine Ding, da könnt ihr euch vor eingestellte Modis halt drauflegen, ohne dass ihr Monitor anfasst. Ihr drückt einfach drauf und er wechselt Bild und Farbe. Da kommen wir auch noch später mal zu, zeigen wir noch was zu. Ansonsten 360 Hertz, Fast-TN-Panel, schnellste Panel, was es gibt. Was der Vorteil an dem TN-Panel? TN-Panel haben eigentlich immer die niedrigsten Reaktionszeiten. Was sind die Nachteile an dem TN-Panel? Die Farben sind nicht sehr schön. Das hier, das Ding hat auch nur 6-Bit plus FAC. Das heißt, da kommst du nur auf 9-Bit über eine Farbraumerweiterung, sodass der dann halt eigentlich in meinen Augen 6-Bit-Monitor ist. Das sieht man, wenn man bei Windows zum Beispiel bestimmte Farbeinstellungen macht, seht ihr dann in den Balken oben diese Abstufungen drin von den Farbübergängen. Sehr wilde Nummer auf jeden Fall. Das habe ich auch gemerkt, als ich ein bisschen rumgespielt habe mit den Farben, um zu sehen, was funktioniert bei dem TN-Panel. Das andere Ding ist, Blickwinkel. Viele, die mich kennen, wissen, IPS spiele ich so hier, gefühlt. Einige denken, ich spiele so, aber in Wirklichkeit spiele ich so hier. Also wenn ich so sitze, spiele ich das meistens so, das Ding. Bei TN eher schwierig, muss ich leider sagen. Weil diese TN-Panel, wie ihr es auch oft seht, davon leben, dass die verhältnismäßig aufrecht stehen. Also umso weiter ihr den nach hinten anwirbt, also umso weiter ihr den abklappt, umso dunkler wird auch der obere Bereich. Und generell das ganze Display wird leicht dunkler, das Gesamte. Aber der obere Bereich sieht ja dann schnell, wenn ihr den anklappt, schwärzt sozusagen aus. Das stört dann auch ein bisschen später, generell mit der Gesamthelligkeit, weil TN-Displays, das hier mit 350 CCD, also mit der Helligkeit von 350 angegeben, verhältnismäßig dunkel sind im Vergleich zur aktuellen IPS und im Vergleich zur OLED sowieso. OLED viel, viel her. Die schaffen auch hier keine VESA Black-White-Werte, die hoch sind, die TN-Panel. Die sind einfach wirklich nur noch dafür gemacht, oder das ist special dafür gemacht, um für euch oder für Leute, die competitive spielen wollen, quasi das schnellstmögliche Display zu liefern, was auch einen Strobing-Effekt hat. Also Dirk hier in dem Fall. Dirk ist übrigens ein Markenname. Es handelt sich um normales Black-Light-Strobing. Black-Light-Strobing ist quasi eine Einbildung von Schwarzbildern zwischen den normalen Bildern. Da komme ich aber später noch zu. Ansonsten ganz normal, W-Light als Hintergrundbeleuchtung ist eigentlich auch uninteressant, weil keiner von euch hier irgendwie dynamische Hintergrundbeleuchtung benutzen wird. Und wer das macht, der hat keine Ahnung, dann braucht ihr euch das Ding nicht kaufen. Was macht dynamische Hintergrundbeleuchtung? Immer da, wo sich was rüber bewegt oder was heller ist, wird von unten, von den Rändern, mehr Weißlicht eingestreut. Und das heißt, dass die ganze Zeit Weißlicht sich von den Rändern übers Bild verteilt. Kompletter Schmutz. Macht keiner von euch. Bekannt ist dieses oder bekannt sind diese ZOVI-Monitore eigentlich auch halt dafür oder daraus, dass sie vielen Counter-Strike-Führer benutzt wurden. BenQZOVI hat hier wieder schöne Videos gemacht für euch. 240 gegen 360 Hertz, Dirk, zum Beispiel die Nutzung. Das habe ich aber damals schon gesagt, dass diese 240 Hertz vor, die die jetzt noch bis vor ein paar Monaten groß angepriesen und verkauft haben, bevor der ankündigt wurde, die waren einfach komplett outdated, weil mehr competitive war, einfach 360 Hertz zu spielen, weil das waren damals in der Review, glaube ich, Input-Unterschied von 14 zu 7,5 Millisekunden. Also die End-zu-End-Latency beim Schießen mit einer GPX war fast doppelt so hoch auf diesen Monitoren damals. Das hat sich jetzt übrigens auch geändert. Dazu kommen wir aber später. Und deswegen fand ich die damals halt schlimm und dass die auch noch so teuer waren. Und die sind halt auch, wenn wir im Preisvergleich gucken, es ist so ein 25, 46K immer noch 441 Euro, was für mich komplett frech ist, weil der gehört da nicht mehr hin. Das sind halt, okay, 200 Euro, 200 Euro weniger als das jetzige Modell. Aber das jetzige Modell wird halt offiziell für 649 Euro verkauft. Das sind 360 Hertz. Ein Display, was von der Entwicklungsphase her höchstens jetzt ein bisschen was über ein Jahr alt ist. Also, ihr müsst euch vorstellen, den letzten Bericht von AOO, also die Leute, die das Display hier für BenQ-Sovie herstellen, das sind übrigens auch dieselben, die den neuen Asus AQN hergestellt haben, das Display. Und das sind auch dieselben, die den alten 360 Hertz EPS hergestellt haben. Also es ist die gleiche Displaymanufaktur sozusagen, wo diese Panels entwickelt werden. Klar, in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Firmen oder in Auftrag, aber die werden eigentlich alle dort in einem Werk quasi hergestellt, müsst ihr so sehen, dass das quasi das neueste Full HD 360 Hertz Display von denen oder aus dem Haus ist. Und deswegen ist das auch ganz klar das Beste. Und das merkt ihr auch. Stellt ihr das Ding hin für diese 649 Euro, macht ihr das an, macht eine vernünftige Einstellung und macht ihn direkt zum Beispiel auf Premium, kann ich euch sagen, sehr, sehr klares Bild, spielt sich sehr, sehr geil. Ihr könnt sehr geil tracken in Overwatch, weil ihr einfach ganz genau wisst, wo der Gegner ist. Also ich muss sagen, dass damit spielen, obwohl es kein G-Sync hat, egal ob Frames Locked auf 359 oder Unlocked auf 600 also, mega geil war, mega smoothes Gefühl, ihr konntet richtig geil auf den Gegner auf den Kopf gehen. Also ihr merkt sofort, dass das die neueste Panel-Technologie ist. Ihr merkt aber halt auch, wenn ihr von IPS dann auf TN zurückwechselt, dass die Farben halt nicht so geil sind. Also die Sättigung ist nicht schön. Die Tiefe kommt nicht so rüber. Aber dafür ist er schnell. Schnell und klar, logischerweise. Das ist der größte Vorteil auf jeden Fall. Über den Preis haben wir jetzt schon geredet. Hier bei Alternate steht, dass der morgen da ist. Heute ist der dritte, elfte Leute. Also wenn ihr das Video guckt, jetzt nächste Woche, irgendwie Dienstag oder Donnerstag oder Montag, weiß ich nicht genau, dann könnt ihr den wahrscheinlich bei Alternate kaufen. Ich weiß, dass der hier auf der BenQ-Seite sehr oft direkt ausverkauft war. Kann ich verstehen. Der Hype ist natürlich wieder riesengroß, weil die Leute und die E-Sportler den natürlich wieder schön gehypt haben. Es gab auch ein schönes Video, zu dem ich später noch komme, hier von Optimum Tech. Da reden wir halt nachher drüber noch. Das hat den Hype natürlich auch noch wieder aufgebaut, weil Optimum Tech auch natürlich schon vorher ein Verfechter von BenQ Sovi war. Also wegen dem klaren Bild, was ich auch verstehen kann. Für mich waren aber die 360 Hertz wichtiger als dieses klarere Bild zum Beispiel. Sind wir bei einer anderen Sache, beim Preis und bei der aktuellen Marktlage. In letzter Zeit kommen halt immer viele Leute und fragen, ja, weil was ist denn los so mit, generell so mit Monitoren, was soll ich denn kaufen, was soll ich denn nicht kaufen. Sehr schwierig in meiner Augen zur Zeit. Also zur Zeit würde ich jetzt auf jeden Fall ganz klar sagen, wollt ihr competitive spielen, CS Valorant oder generell seid ihr ein sehr kompetitiver Typ und euch sind die Farben jetzt nicht so wichtig und ihr kommt mit diesen Monitor-Positionen, die halt wenig angeschrägt sind. Klar, würde ich jetzt zur Zeit ganz klar sagen, es ist der 2566K, auch wenn er kein G-Sync hat oder whatever. Das Display ist trotzdem sehr schnell, sehr klares Bild, macht auch sehr viel Spaß beim Spielen, muss ich ehrlich sagen. Hätte es selber vorher nicht hier glaubt. Ihr wisst, ich bin eigentlich so ein G-Sync-Boy, sage ich mal. Also ich bin davon eigentlich sehr überzeugt, aber trotzdem muss ich sagen, ging es damit gut ab mit dem Ding. Habt ihr die Geizzeit-Seite mal offen, habt ihr ein paar Sachen reingeholt, um euch mal so einen kleinen Überblick zu geben. Hier der Asus QN, ich habe den QNR gespielt für 519 Euro. Dann haben wir drin den 2546K, haben wir gerade schon gesagt, viel zu teuer. 441 Euro würde ich euch niemals empfehlen, weil ihr daneben zum Beispiel so einen TAF-Monitor mit 280 Hertz für 224 kriegt, IPS. Und der hat auch eine 0,5 ms Grau-zu-Grau-Zeit. Da werdet ihr immer sagen, ja, was ist denn das? Ich sage mal, das ist auch ein TN-Panel, für die Hälfte des Geldes, mit mehr Hertz, mit einem neueren Display schon. Dann habe ich noch mal was anderes für euch mit reingeholt. Hier hinten ein AOC-Argon-TN-Panel für 221 Euro. Das ist ziemlich aktuell. Das gibt es seit 7. Ach nee, ziemlich aktuell war übertrieben. Ist auch schon ein älteres Panel. Aber ihr seht, dass die Preisunterschiede von den BenQ-Sovid-Produkten zu anderen Produkten am Markt immer sehr hoch sind. Fast doppelt so teuer. Und ihr müsst immer in Betracht ziehen, dass andere Firmen, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt mal hier die Alienware rüberziehe, nicht schlafen. Das hier ist der alte Alienware mit G-Sync, 360 Hertz. Ihr seht, der hat noch 1 MS Grau zu Grau. Und das ist der neue, für 447 Euro, 360 Hertz, IPS, Leute. Zwar auch noch White-Led, aber was haben wir hier? Wir haben echtes 8-Bit. Wir haben auch kein G-Sync. Okay, wir haben halt auch keine Backlight-Strobing-Funktion. wie ihr sie habt durch Dirk, aber ihr habt halt für locker 200 Euro weniger trotzdem IPS-Farben, IPS-Gefühl, IPS-Blickwinkel, IPS-Helligkeit. Und ihr habt 0,5 MS Grau zu Grau auf dem aktuellen IPS-Display. Das ist neu entwickelt, 360 Hertz schon, denn auch der nächsten Generation. Und ich muss ehrlich sagen, für wen das Geld wirklich wichtig ist, würde ich dann eher dazu empfehlen. Ihr müsst ja nicht mit G-Sync oder V-Sync spielen. Ist ja für viele von euch auch sowieso nicht interessant, weil viele immer noch denken, dass das irgendwie Nachteile bringt. Damit fahrt ihr gut, wenn ihr einen günstigen IPS haben wollt. Alienware hat den vor kurzem erst rausgebracht. Der ist gelistet seit 25.9. Und da muss ich sagen, das wäre jetzt derzeit meine Empfehlung, wenn ihr einen IPS unter 450 Euro sucht mit 360 Hertz und euch G-Sync egal ist. Ansonsten hatte ich dann nochmal ein bisschen verglichen, was der zum Beispiel QNR, AQN und 2566K, die drei für mich derzeit interessanteste Monitore, zum Beispiel so für Unterschiede haben. Bei dem Bit muss ich sagen, eine Sache hier, warum der AQN zum Beispiel 8 Bit hat, wozu ich komme, wenn der jetzt der Monitor morgen hoffentlich kommt endlich und wir nächstes auch die Review drehen. Schon mal ein kleiner Vorblick für euch. Wir werden wahrscheinlich die einzigen deutschen Reviewer sein und einer der wenigen europäischen Reviewer, die das Ding so früh schon haben. Wir haben so einen kleinen Trick und mithilfe der Community so einen Teil besorgt. Auf jeden Fall geben wir da Gas für euch und ich habe da auch Bock drauf, das mit dem 2566K zu vergleichen, weil ich wirklich wissen will, was ist kompetitiver und womit spiele ich besser. Das interessiert mich ehrlich, weil ich halt immer probiere das Optimal auszuholen, haben wir aber jetzt auch wieder hier eine Sache mit dem Bit zum Beispiel. Hier sind wir bei Farben 30 Bit auf dem alten QNR. Das Ding ist, später bei 1440p 360 Hertz reicht eigentlich der Displayport Standard 1.4 nicht mehr aus. Da wird mit sogenannter Bit Compression gearbeitet. Dazu rede ich beim AQN Review mehr. Und Full HD 360 Hertz ist kein Problem, aber ihr braucht zum Beispiel nicht davon ausgehen, dass ihr mit einem Displayport 1.4 Kabel 500 Hertz Full HD spielen werdet. Das wird nicht passieren, da reicht die Bitrate auch nicht aus. Was da kommt mit dem Standard weiß ich nicht, aber bis jetzt sieht es noch ein bisschen mau aus in meinen Augen. Da bin ich auch gespannt. Ansonsten habe ich halt geguckt, ist alles das W-Led. Klar, der AQN ist ein bisschen heller. Hier seht ihr bei minimaler Reaktionszeit, dass der wirklich der BenQ am schnellsten ist, muss aber sagen, dass wenn ihr den auf den maximalen Overdrive stellt, also um auf diese 0,5 MS zu kommen, ihr natürlich mega Overshoot habt und das schliert ganz doll, ihr müsst irgendwo so einen Mittelweg finden. Die 2 MS beim QNR kann ich verstehen. Du kannst den nicht mit Overdrive spielen, also könnt ihr nicht mit der niedrigsten MS oder Latenz spielen, dann schmiert der so eklig. Das Bild sieht dann aus, als wenn eine ganze Zeit mit einem Waschlappen übers Bild rutscht und beim AQN wissen wir es noch nicht. Die Durchschnittliche Reaktionszeit ist hier mit 4 MS angegeben, das finde ich stabil. Der AQN wird 2 MS mehr haben, Input 2,3 MS gegen 2, alles ganz normale Werte, hier auch nichts weiter Besonderes. Hier hinten haben wir so eine kleine Übersicht von Optimum Tech. Viele von euch kennen diesen Review, das ist ein australischer Reviewer, ziemlich based, macht immer sehr gute Tech-Reviews, auch sehr ausführlich, bringt immer sehr viele Fakten, Daten ein, misst sehr viel, ich mag den auch mega, auch sympathischer Typ an sich. Er hat zum Beispiel hier nochmal alles eingemessen, sein QNR mit Overdrive normal, so will ich es auch machen, kommt hier auf 2,4 ms und hat dann hier den Zowie XL verglichen mit Overdrive, hier für mich leider nicht erkenntlich, ob er hier den Diag an- oder aus hatte, ich nehme stark an, dass es aus bei dem Test und habe natürlich meine eigenen Tests dazu gemacht, zu denen ich gleich kommen werde, aber zuerst möchte ich mit euch über das Bild an sich reden, weil in meinen Augen gibt es hier immer noch ein großes Problem bei diesem Monitor. Viele, die mich kennen, wissen, ich spiele zum Beispiel oder habe IPS immer mit Color Vibrance auf Maximum gespielt. Was wir gemacht haben, am Tag als ich gekriegt habe, das Erste, was ich gemacht habe, ist, den BenQ Monitor Treiber runterzuladen mit dem Monitor Farbprofil mit dem echten. Dann bin ich reingegangen bei meinen NVIDIA Settings und habe hier den Referenzmodus ausgemacht, die digitale Verbesserung auf 100% gehabt und habe hier bei den NVIDIA Farbeinstellungen benutzt. Kann ich euch sagen, wenn ihr diesen Monitor ernsthaft spielen wollt, wenn ihr diesen Monitor ernsthaft spielen wollt, macht das gar nicht. Macht das, was ich hier drin habe, lasst es auf Referenzmodus und auf Standard. Warum? Weil der Farbraum, den ihr installiert über diese Windows Treiber, also über die Treiber, dann steht hier, wenn ich es richtig gemacht habe, steht hier auch Zowie XL LCD DisplayPort 63Hz drin, dann geht ihr auf Farbverwaltung und dort muss als Farbprofil das Zowie XL LCD Color Profil D6500 Standard drinstehen. Das braucht ihr unbedingt, Leute, sonst sieht das alles gar nicht geil aus. Benutzt ihr das, habt ihr alles richtig gemacht, lasst die Vibrance aus, lasst da alles auf Referenz. Warum? Wir haben vorhin hier die Kamera rumgeholt, ich bin in Overwatch rein, habe hier mal so eine mittelhelle Szene genommen aus einer Map, haben uns da mal hingestellt, wo man ein bisschen was sieht und dann habe ich einfach mal oder haben wir einfach mal uns den Spaß gemacht, euch das mal zu zeigen. Das erste Bild zeigt euch den Standard FPS Mode 1, also der voreingestellte FPS Mode mit Diag auf Premium gestellt. Da seht ihr, das ist halt schon ziemlich farbintensiv. Die Farben sind sehr satt, muss ich sagen. Dann habe ich das Ganze mal mit Diag auf gemacht. Da hat sich dann, also schaltet ihr den Diag aus, ändert sich gleich auch die Helligkeit automatisch, weil BenQ Sovi hat es so gemacht, benutzt ihr Diag, passen die die Helligkeit an. Warum? Durch das Einblenden von Schwarzbildern, was ein Diag macht, das solltet ihr aber auch schon wissen, wenn ihr jetzt hier seid in diesem Video, verringert sich automatisch die Helligkeit, weil immer zwischen den Bildern in einer bestimmten Herzzahl Schwarzbilder eingeblendet werden, somit wird das ganze Bild dunkler und wenn der Diag auf Premium ist, was die höchste Herzzahl in Schwarz Einblendung ist, haben die die Brightness auf 75 und ich stelle die dann runter auf 60 wenn ihr den Diag aus habt. Eine Sache, die euch vielleicht auffällt wenn ihr das vergleicht wenn ihr die Wand links anguckt dass die Kontraststriche besser zu sehen sind das hat den Grund weil das Display einfach dunkler ist und damit der Farbunterschied das Schwarz besser rauskommt und das andere ist einfach dass dieses Schwarz Strobing gerade solche Sachen wie Schwarze Umrisse und Schwarze Details ein bisschen anders aussehen lässt zum Beispiel ist ein Trick einfach dass wenn ihr Diag anhabt den das Black also diesen Black Boost komplett auszumachen das ist ein Trick mit dem ihr zum Beispiel arbeiten könnt um wieder ein besseres schwarzes Bild oder bessere schwarze Umrisse zu haben auf jeden Fall seht ihr schon den Unterschied von der Helligkeit ganz leicht und jetzt habe ich noch ein Bild gemacht das das jetzt wo ich einfach sage FPS Mode 1 Helligkeit und das ist jetzt mit Color Vibrance auf 100 und der Nvidia Farbeinstellung also Nvidia Farbkorrektur und wie ihr seht übertönt das nicht nur das ist auch blurry und dann bringt euch auch dieser Monitor einen Scheiß weil das ist einfach dann die gleiche Scheiße also das ist halt so doll überladen die Farben und dass ihr selbst wenn ihr Diag auf Premium habt gar keinen Vorteil mehr davon zu hell zu übertönt ich glaube das sieht man hier in dem Bild ganz deutlich hat es für den FPS Mode 2 auch noch gemacht wir haben hier das normale Premium FPS Mode 2 und dann das Premium mit Color Vibrance auf 100 und dann haben wir für den Referenz Modus 3 also FPS 3 haben wir es auch nochmal gemacht hier wieder Direkt auf Premium ihr seht das ist eigentlich auch der wo ich sagen würde wenn ihr auf natürliche Farben steht spielt der FPS Mode 3 das ist der voreingestellte Modus in dem Monitor und so sieht der Spaß dann aus mit Digital Vibrance und wenn euch jetzt das Bild anguckt mit Digital Vibrance und wir gehen aufs 2er ohne seht ihr die sehen sich schon sehr ähnlich aber ich würde es trotzdem empfehlen Leute das ist einfach Schwachsinn spielt das Standard Farbprofil das die eine Sache und dann habe ich mir halt natürlich die Arbeit gemacht für euch diesen also die Latency zu testen hier seht ihr dann jetzt nicht meine Multaufnahmen die sehe ich ihr seht jetzt eingeblendete Grafiken ich habe einfach angefangen für euch die End-to-End Latency zu testen mit dem Elda Tool wir benutzen auch schon das neue Elda Tool von Nvidia das ist ein kleiner Sensor der mit die Lichtunterschiede also den Helligkeitsunterschied im Programm ausliest um somit zu messen wie lange es dauert wenn das Signal veranlasst wird bis es quasi die Farbänderung komplett vollzogen hat auf dem Monitor die sogenannte End-to-End Latenz also End-to-End Latency sagt man das ist nicht die Maus Latency das ist halt das was passiert wenn ihr hier drückt und wie lange es dauert bis es da passiert ist das habe ich ausgemessen für diese drei FPS Modis auf Standard und habe im Vergleich dazu den Asus QNR im E-Sport Mod genommen mit G-Sync aus die Standard Modis sind mit Diag Premium und AMA auf High der Overdrive ist nicht manuell angepasst wie es Optimum Tech zum Beispiel hier gemacht hat er hat zum Beispiel dann hier Overdrive auf 12 und auf 15 das zeige ich euch nachher noch er sagt ja zum Beispiel dass hier Verhältnis von Overshoot zu Latency für ihn hier am besten ist auf Overdrive 15 zeige ich euch nachher noch den Latenz zu kann hier sagen oder ihr werdet jetzt sagen okay was zeigst uns jetzt da das ist mit dem Nvidia Tool gemessen die Latency vom Asus wie ihr seht hat ihr nicht sehr viel ist auch gut so sollte sich nicht sehr viel nehmen es sind nur die Farben unterschiedlich und die Helligkeit ist leicht unterschiedlich haben alle andere Black Equalizer Werte die sind auf jedem BenQ 65k dieselben will euch nur schon mal zeigen dass rein von dem her wenn der Diag an ist die Latenz so ungefähr 2ms schlechter ist jetzt werdet ihr sagen er hat es aber gerade gesagt das ist der schnellste das Ding ist dass hier der Input Lack vom Monitor selber also wie lange es innen den Monitor braucht um das Signal richtig durchzuschieben bis es verarbeitet wurde natürlich unterschiedlich sein kann und wir wissen dass der QNR da einer der schnellsten Monitore überhaupt ist was das Input Lack des Monitors selber komplett angeht hier ist ja BenQ anscheinend etwas langsamer deswegen kommen wir jetzt hier auf Werte die ungefähr 2ms langsamer sind und noch mal 1ms höhere Standardabweichung haben könnt ihr jetzt so im Raum stehen lassen habe mich natürlich dann nicht lumpen lassen habe dann mal gemessen mit Diag Off da sehen die Werte jetzt anders aus jetzt wird ihr sagen warum ist das anders besser ist ganz klar weil diese Einblendung der Schwarz Bilder die vom Monitor erzeugt wird und nicht von eurem System sondern einfach extern im Monitor dieses Backslide Strobing dieses Diag natürlich irgendwo eine Millisekunde oder zwei hinzufügt warum logisch wenn immer wieder in einer sehr hohen Herzzahl schwarze Bilder zwischen den normalen Bildern fällt erhöht sich die Latenz jetzt sind wir viel näher beieinander jetzt haben wir was mir zeigt oder sagt dass der Monitor an sich diese neue Display Generation die die da benutzen locker eine Millisekunde schneller ist aber nicht sehr konstant scheint und auch wie der Asus wirklich abhängig von unterschiedlichen Farben ist weil wir zum Beispiel sehen dass der FPS 1 Modus mit den grelleren Farben also mit den grellsten Farben von den 3 FPS Modi der langsamste ist und für mich der FPS 2 Mode muss ich sagen auch so ein bisschen der ausgeglichenste ist zwischen 3 und 1 und den spiele ich am liebsten ich aber den Unterschied an sich im Spiel nicht merke von diesen 6,3 zu 7,6 ms wohlgemerkt ich spiele auch mit Diag Premium somit würden die Werte zählen die ich euch davor gezeigt habe dann habe ich natürlich noch geguckt was sind hier die Werte die Optimum Tech uns hier gezeigt hat mit Overdrive 12 und Overdrive 15 das habe ich halt auch nochmal gemacht habe hier Diag off gelassen habe hier den Armour auf 12 gesetzt und hier oben auf 15 um hier nochmal die Werte zu vergleichen und der 15 scheint ja scheint so der nächste dran zu sein am High der liegt zwischen High und Premium da ist die Standardabweichung dann auch ein bisschen geringer Premium ist hier 17,19 warum der jetzt dann so hoch ist bei FPS 1 das habe ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen können aber wir sehen dass dieses Arma 15 also den Overdrive selbst auf Stufe 15 von 20 einzustellen mit die niedrigste Latenz bei Diag off bietet würde ich trotzdem nicht spielen weil für mich der Diag einfach eins der absoluten Kernfeatures und dann habe ich noch getestet oder verglichen wie es ist mit der GPX hier wieder im FPS 1 Modus auf dem Asus 7,4 3 Millisekunden mit Diag off auf dem BenQ 6,93 Millisekunden und mit Diag auf Premium gesetzt 4,84 Millisekunden mit einer Standardabweichung von 2 Millisekunden also würde ich so sagen sind wir so im Schnitt bei 6 MS weil muss ich leider sagen dass dieses Eldad nicht in der Lage ist zu erkennen wann wurde das Schwarzbild eingeblendet also dieses Backlight dieses Strobing verändert dann natürlich schneller wieder den Farbwechsel und deswegen ist der Wert hier dann auch sehr gering aber da kann sich daran orientiert werden ich würde sagen rein von End-zu-End Latency nehmen sich der Asus und der BenQ nicht viel aber von der Klarheit des Bildes ist der BenQ meilenweit voraus und das ist auch richtig und gut so weil das Display hier zwei Jahre in der Zukunft entstanden ist das war es dann eigentlich auch schon von mir muss ich sagen ich weiß es war wie ein langes Video aber ich wollte euch das ausführlich zeigen habe mit dem Monitor 6 bis 8 Stunden jeden Tag gespielt seitdem ich den hatte und das ist alles das was mir wichtig war weil manchmal ist es einfach mehr als nur zu sagen der Overshoot ist so und so der Overdrive in der Einstellung macht das klarste Bild beim UFO Test das könnt ihr überall woanders sehen ich will euch einfach nur mal so zeigen worauf ihr achten solltet wenn ihr den real live benutzt ich kann euch auch sagen passt ihr diese FPS Modi selber an von Hand stimmen alle diese Werte die ich euch gezeigt habe nicht mehr und ihr bräuchtet ein eldert um auszurechnen oder auszumessen welcher Modi in welchen Einstellungen mit welchen Black Equalizer welchen Overdrive welcher Brightness Diagon auf Premium das schnellste ist um das zu machen würde ich bestimmt zwei Tage hier sitzen und deswegen habe ich mich mit den zwei drei festen FPS Modis beschäftigt weil die jeder so hat und BenQ die nicht ohne Grund in diesen Monitor eingehämmert hat und wie ihr gesehen habt FPS Modi 2 ist der den ich empfehlen würde egal für welches Spiel mit den Standard Farbeinstellungen und mit Diag auf Premium danke euch fürs zuschauen habt ihr Fragen haut sie unten in die Kommentare wir sehen uns beim nächsten Video bis dann ciao